hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde fifa gegen den robert meister sweat meinst du so auf jeden fall robert ist wieder am schlüssel und wir spielen jetzt mal ein bisschen anders das heißt spiel 352 mit meiner englandmannschaft suarez und agüero in form im sturm also wenn du keine tore machst damit silber linkes mittelfeld hasard rechtes mittelfeld jesus navas zentrale defensive ztm haben wir fehler in die und jaja touré ohne spaß wenn du mit dem team eine vernünftigen tore in christ war dann bist du wirklich der größte ich schwette das ist ja das ist egal so der robert ist der robert wird noch moralisch frustriert vom krisenio meine pure angebung halt recht im robert ja schon hat der recht gelaunt ja ist klar die können schon direkt auswechseln abstoßen mein freund abstoßen ganze rei so erst mal eine uninteressante ecke wobei suarez fällt mir gerade auf muss raus suarez muss raus ja kann es mir geben und wer hier schon ja rein kommt du weißt wie bravo bau los oder was ja und der kommt nachher für den für den und für den kommt der hier also ich muss sagen ich habe auf meiner reserbebank auch eine überraschung eingepackt aber ich kann sie ich kann die ich kann die meine mutter ich kann solche sachen erst verraten wenn ich auch führe oder sowas ich bin jetzt die mannschaft hier wieder ich bin jetzt die ich bin jetzt die der kann nichts hier ok wer muss doch krasino ist ja auch aufgefallen dass das schlänzen richtig asozial geworden ist dass sie viel zu stark sind dass sie meistens übers tor gehen hast du es auch ja ach so das meinst du mit so stark das stimmt also ich habe ja als wir bei dem event im letzten jahr wo das noch nicht raus war hier gedacht um schlänzen dann wird oder was aber war ja auch mal sagen bin ich jetzt gar nicht mehr so und vorteil so wenn ich bedenke wie ich damals mit agar war nicht so weit zu weiß gut leben habe wie du warst natürlich das war frede verwechselt zu jemand ja aber auf jeden fall scheiße willst du gerade mal wieder einen text drücken regt bald wieder verlorent wird lasst ja noch drin war eine gute flanke und die kugel hat zum ball haben oder ja was ist da los was ist da los wobei sicher der pass war hammer wenn er angekommen wäre er war richtig lecker der nebensatz gefällt mir immer und robert kam gestern auch mal ins vergnügen dass er sich so die top 5 goals einsendungen mal anschauen durfte und das ist doch wieder behindert weisse alter mit schlecht alter was dass er nicht nein 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 du das nicht kein restbefehl bitte was ich will ziemlich viel das spiel verlagert aber der krieger kann es nicht voll wohl ist ein witz er dass der über ja so neig wird ausgerüstet bin in ecken so ungefährlich auch so ja ja genau ja ach komm was war das denn wort ihr den passen gespielt wir zeigen ja außerdem wieder sein scheiß adler ich weiß nicht irgendwie ist der bester mann vom letzten spiel wahrscheinlich alter alter was machen die denn ich bin jetzt was hier passiert gerade ich spiel auch so scheiße not gegen elend hier ist mario göttze lewandowski es wettet dante der brasilianer zeigt dass er wirklich aus brasilien kommt die sie ja robert aber so locker ist es dichter ja das stimmt wohl wieso habe ich nur 40 bähmeln eckball mal zeigen wie das hier geht ist der boah teng ja aber so locker ja das stimmt so ist es nicht aber aber machbar ja wo da kann man auch achats uns achats uns achats uns achats uns da sind die schleusen wieder offen bravo fifa ehrlich und für bravo fifa ja da passiert 45 minuten lang fängt passiert nichts dann machst du der 45 minuten tor und was passiert in der verlängerung der ersten halbzeit passiert noch das 11 sammer haben die an die fisch gefressen oder vielleicht lächerlich das ist auch nicht rausgespielt gewesen aber es ist nicht rausgespielt gewesen ja ich auch nicht die ecke dazu ja komm du schießt aus 30 metern damit da in ibrau polos wenn nicht 89er spieler hätte würde ich das auch mal versuchen mir macht aber kein sinn also schnauze auf den billigen plätzen da nicht kanzler sind ich konnte ja habe ich gerade gesehen genauso wie übersteiger ja ich brauchst uns scheiß nicht weiß deswegen machst du so dieses statistik laberei da sache dir ich deine spieler ich nicht nur die schüsse dann hätte ich auch die tore die du da hast reger sind die spieler generell zu schnell das spielfeld ist generell zu klein ja so ein witz gewesen da im witz geld zu geben finde ich aber auch ein bisschen überbewertet jetzt müssen wir direkt agieren wir verletzt bei mir da draußen wir reinigen so der uni nach außen bitte rein und ja holt du mal start dank so denkt jetzt wirklich ärgerlich haben wir denn da einen ersatz ja bedingt notlösung klingt gut notlösung klingen sehr sympathisch ist ein bisschen behindert wenn ich louis gustavo in die in verteidigung klatschen passt was kommt da jetzt krisinho hört sich auch als kommentator hier recht defensiv ja wird sich dadurch kriegt dann noch so ein verfickten eckball das ist so behindert ohne scheiß jetzt fängt das wieder an der scherie was klares abseits auch schon schützt dass die grätsche eingeschlagen hat jetzt startet er durch das sieht nach einer guten möglichkeit aus ebra wopper aus weiss nicht was hier los ist alter was sind das denn die verpässe hier schon wieder war faul von mir was habe ich da wieder getan natürlich ihm alter das ist doch so behindert hier es geht hier wieder ab mein gott na lauf doch weiter du und sohn mein gott du riechst dich aber jetzt über alles auf ne ja weil es klappt nichts mehr alter wenn du die pässe spielen würdest wie die weil es ist sehr ekelhaft sauna unvermögen jetzt dachte schon echt trauerspiel das ist so ein trauerspiel was hier passiert echt und der eine bewegt sich nicht ist es echt das ist so ein jetzt ist jetzt schon vollkommen behindert das spiel und wird noch besser adada lalalalala 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 ibra wopperlos lalalalala lalalalala so jetzt gibt es natürlich auch die wiederholung da haben wir auch den Eckball zwei Kopfwelle drei Kopfwelle für den Sprecher kommt er gleich noch mit seiner Statistik ja ich habe ja 20.000 bis aufs Tor sowieso da biehe ich den Gegner hier die ganze Zeit an lalalalala 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 Da ist die Ehre wieder hergestellt. Was war? Der Trainer wird mit ihm heute mehr als zufrieden sein. Es ist unfassbar, wie er jedes Mal noch den Ball kriegt. Es ist echt nicht mehr schön. Ja, wichs mich durch die Gegend. Ich ziehe mich durch die ganze Weltgeschichte da. Voll die Party, weil der mal einen Ball gehalten hat. Alter, das kann nicht wahr sein. Das ist doch echt behindert. Jawoll, 3 zu 1 ist der Sieg. Revanche, direkt Alter, ohne Spaß. Jawoll, Ibra Wopperloss. In diesem Sinne, gut Schuss. Bis zum nächsten Mal, euer Commander Krieger. Tschüss. Ich kann nicht drücken, ich drück schon. Jetzt drück. Ich drück. Jetzt hast du gedrückt. Nein, ich habe die ganze Zeit gedrückt. Ibra 9,7. Tschüss. 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 Tschüss.